Aber echt schon dreist, was Alex gesagt hat. Alex hat gesagt, an dem Kuss können wir anknüpfen weiter. Obwohl er mit ihr gerade am... Was, ne? Ich fühl mich verarscht, ich fühl mich ausgenutzt und das ist kein schönes Gefühl, ja. Boah, fack mich das ab, ey. Ja, nee, ich schlafe jetzt auch nicht mehr neben dem, also, wer bin ich denn, Alter? Du kriegst dich asozial. Das ist so asozial. Ja. Ja, super, ne? Also, dass die Alex wird, hätte ich wirklich nicht gedacht, ich dachte, die wird mal nicht. Die ist extra alt. Mhm, glaub schon. Die Kathi ist ja keine verschlossene Person und die wird den auch küssen, wenn sie da gerade Bock drauf hätte. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass die sich da küssen werden und das triggert mich jetzt schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt doch nicht genug von unseren Singles? Dann gibt es mehr Videos hier und die ganze Staffel gibt es hier. x Untertitelung des ZDF für funk, 2017